ich habe mich dazu entschieden verkaufen die schafe wir brauchen die wolle nicht das lohnt sich alles nicht so wirklich und aktuell habe ich für die wolle auch noch einfach keine verwendung so dass unsere lieben lieben schafe leider heute ihren tod antreten das totes nicht ihren verkauf anstreben müssen natürlich nur mal kurz gucken wo wir das konnten wahrscheinlich hier vorne ja ich habe auch die komplette überlegen das heißt jetzt nicht dass ich den stall verkaufen möchte bestehen komplett Das war's. So, Schafe weg. Ein Problem hier weniger auf der Karte. Erstmal, kann sein, dass wir die irgendwann wiederholen, aber aktuell brauche ich die halt einfach nicht. Wie sieht es denn bei den Hühnern aus? Okay, da hätten wir auch 50k mitbringen können, habe ich jetzt irgendwie vergessen. Strom muss auf jeden Fall noch hier runter wieder. Ja, wir nehmen jetzt auf jeden Fall mal einen Kipper Mist wieder mit. Den verkaufen wir oben einfach erstmal wieder. Also aktuell sind wir echt nur von einer B am Cruisen. Das ist echt Wahnsinn. Damit hätte ich ja nicht gerechnet, dass das so extrem wird. Ja, ja. Zack, wieder ein Bild dabei bekommen. Boah, jetzt auch noch ein paar Mal zu fahren. Okay. 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 Die macht 600 Zyklen pro Monat. Das heißt, die macht dann mal 1000, die macht theoretisch 600.000 durch 50, theoretisch macht die genau die Hälfte an Futter, was wir brauchen. Achso, da. Vielleicht müssen wir auf einmal neu laden. Wir haben mich Produktion nur 12 Stunden lang versorgen. Also produzieren wir gar nicht genug Futter, um den Tag zu überstehen. Hm. Das ist natürlich schwierig. Hm. 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 Die müsste rein durch 1,2 Millionen, 1,2 Millionen Liter Silage, müsste die pro Monat produzieren. Das ist zu wenig. All die Anlage produziert ja auch nicht mehr ansatzweise so viel. Hm. 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 Nicht so einfach. Von Wirt-Sinnabiss geht Strom runter. Von Wirt-Sinnabiss geht Strom. 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 Von Wirt-Sinnabiss geht Strom und Wirt-Sinnabiss geht Strom. Angebot ist Onyx. Dann schicken wir den nämlich jetzt morgen auf Transporttour unten zur Mischfutterlage. Er soll ein Silo runterfahren vielleicht. Oder nimmt der aus dem Fermenter-Turm. Ja, kann man theoretisch auch machen, eigentlich sofort. Fermenter. Aufladen. Silage. Und dann bitte in die Futterfabrik 2, Silage. Ah, fahr jetzt mal zum Wechsel. Wo steht Aufladen? Wahrscheinlich hat er das nicht genommen, denke ich mal. Der ist weg, der fährt, der ist auch da. Der fährt weiter, der ist auch voll. Und wir fahren den. Aber wir sind schwer durch. Ich bedanke mich für die Zuschauer. Wir haben uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.